Hallo Leute, hier ist Ute von Ahoi Kinder. Wir sind hier auf dem Bacherhof in Südtirol, das ist in Lüsen, ein kleines niedliches Dorf in der Nähe von Brixen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie schön unsere Ferienwohnung hier ist. Kommt ihr mit? So, und hier sind wir drin. Wir gehen hier mal ins Schlafzimmer. Oh, man sieht den Blick aus, man sieht man nicht so richtig, man schaut auf die weißen Berge, kann ich euch sagen. Das ist ein ganz niedliches Bettchen hier für unsere Kleinen und das Holz sieht sehr besonders aus, riecht vor allem sehr besonders, es duftet nämlich wunderbar nach schönem, warmen Holz, wenn man hier reinkommt. Das kann ich jetzt leider nicht übertragen für euch. Und das ist Zirbelkiefer, eine besondere Kiefer, die hier gerne verwendet wird von den Tischlern. Und wer das einmal geduftet hat, der weiß warum. Und es duftet wohl auch 20 Jahre lang so. Und vor allem, es verlangsamt den Herzschlag, wirkt also entspannend. Unsere Ferienwohnung heißt Birke, ihr habt es gesehen und hier ist der Name Programm. Schaut euch dieses wunderschöne Hochbett an, ich würde ehrlich gesagt auch gerne drin schlafen. Im Heu. Sieht natürlich nur so aus wie Heu, das ist eine Bettdecke, habt ihr gesehen. Kommen wir hier ins Wohnzimmer. Und hier schauen wir raus auf die Skipiste. Ein bisschen bewölkt heute, hat auch geschneit. Und wen haben wir denn da? Die kleine Maus hat Gummibärchen vom Bauern geschenkt bekommen. Auch. Ja komm, komm. Komm, wir zeigen nochmal den Rest. Was haben wir noch nicht gezeigt? Das Badezimmer. Ja, sehr schön ist es hier. Ja. Ja, sehr schön ist es hier. Ja, sehr schön ist es hier. Ja, sehr schön ist es hier.